6 5 4 3 2 1 3 3 3 4 3 4 5 4 5 Oh bitte noch irgendwer auf Silber oder Branche 3 Nein, ich glaube es reicht echt nicht. Doch, Tara, meine Löwin. Ich brauche nur noch... Ja, Grom, mein Ehrenbruder. Er hat gereicht, sehr gut. Da ist er. Hochintelligent, wie ich nun mal bin, habe ich vergessen, dass man ab 400 keine Runden wieder anschauen darf. Folglich habe ich mich umentschieden und werde nur die letzte Runde mit Duck holen, damit ihr den neuen Brawler noch seht. Aber damit es spannend bleibt, spiele ich etwas höher mit dem guten 8-Bit in 3-Wars 3. Ganz viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 No, I used gadget. Good. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.